Hallo YouTube. So, wir sind beim Supermarkt. Es ist wunderbares Wetter, wie man sieht. Dazu gehört natürlich Ölkohle. Ja, ja, das hat schon einen Kontext. Was zum Grillen. Kaffee. Kalker Kaffee natürlich. Sonst funktioniert V nicht. Regelmäßig Kaffee nachfüllen. Weil ich keinen Kaffee trinke. Und wir müssen tanken. Ja, ich habe gerade bei der Tankstelle gesehen. Wir sind bei 1,36 oder so was in der Richtung. Ich bleib bei 99 Cent. Unsere Ölmühle funktioniert gerade nicht. Wahrscheinlich Corona bedingt. Da würde es 60 Cent kosten. Okay. Auch bei den aktuellen Schrittpreisen ist das immer noch eine tolle Ersparnis. Ich mach mal auf, dann geht das los. So, alle Flaschen vorbereitet. Das heißt, diesen fusseligen Plastikverschluss abgemacht. Und rein damit. Im Übrigen verbitte ich mir diese Herumheulerei bezüglich. Da werden Lebensmittel verschwendet. Man kann in jedem Supermarkt sehen, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, wenn man in den Müll guckt. Wenn wir alle ein bisschen bewusster mit Lebensmitteln umgehen würden, wäre das hier kein Problem. Und wir hätten wirklich weniger Müll. Und wie gesagt, im Normalfall fährt der Wagen mit Abfall. Auch Rapsöl, gefiltert und gebraucht. Deshalb sagte ich ja, keine fossilen Brennstoffe. Frau Baerbock hat sich da gegenüber Herrn Lindner ja schon wieder als sagenhaft unwissend geoutet. Man sollte vom Sachverhalt schon irgendwo ein bisschen Wissen besitzen, wenn man in so eine Diskussion reingeht. Ich glaube bei Lanz? Ne, bei Ilner? Keine Ahnung. Sie weiß einfach nichts. Scheint bei den Grünen im Moment ein Standardproblem zu sein, wie in der gesamten Politik. Wie gesagt, ich bin relativ unpolitisch, sehe aber, dass im Moment keiner mehr ein Konzept hat. Dieses Auto ist da und es fährt ohne fossile Brennstoffe. Jetzt muss ich meine Abgaslage und Anlage nur noch ein bisschen anpassen. Dann passt das auch mit Euro 3. Mit ein bisschen Fachwissen könnte man diese ganze Elektro-Schwachsinn verhindern. Ist einfach so. So, ich werde mal voll danken. Das dauert noch ein bisschen. So, jetzt ist alles drin. Das Auto schreit auch noch nicht Aua. Naja, es ist es ja gewohnt. Alix, der neue Motor, haben wir jetzt erstmal mit Diesel eingefahren. So, dann wollen wir mal gucken. Zuhause kommt noch ein Additiv drauf. Vliesverbesserer. Ist ganz ratsam. Nachts wird es ja nochmal kalt. Wenn man den nachts starten möchte, könnte es dann eventuell ein bisschen länger dauern, bis er anspringt. Muss ja nicht sein. Ein Anlasser muss man ja nicht überbelasten. Kostet glaube ich einen Liter. Kostet irgendwie 8, 9 Euro oder sowas in der Richtung. Ist von Liqui Moly. Wie gesagt, auch hier keine Werbung. Ist einfach so. Die haben das Zeug fertig. Und gleichzeitig ist es auch ein Reinigungsaddiktiv. Ja, praktisch am Supermarkt ist. Man kann den Quark auch gleich wegschmeißen. Vor Ort. Die haben Mülleimer hier. Ja, dann sehen wir uns gleich im Auto wieder. Ja, diesmal ist er nicht ausgegangen. Aber man riecht schon sehr deutlich, dass er jetzt auf Pflanzenöl fährt. Ja, Pommesbude halt. Aber wen kümmert es bei dem Preisunterschied? Mich nicht. Ist ja der hinter mir, der Hunger kriegt. Außer es ist ein Veganer. Der wird wahrscheinlich sterben. Aber das ist dann auch nicht mehr mein Problem. Der wird dann kompostiert und der Natur wieder zugeführt. Ja. Okay, Geld gespart. Der Motor läuft genauso wie vorher. Also lasst euch nicht erzählen, dass nur Elektroautos das absolute Allheilmittel sind. Ich wäre gespannt auf diese Ecofuels. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil das ist die einzig sinnvolle Methode, um den Fahrzeugbestand einfach CO2 neutral zu bekommen. Der Wagen fährt jetzt hier CO2 neutral. Weitestgehend. Natürlich nicht komplett. Das funktioniert bei keinem Auto. Auch nicht bei Elektrofahrzeugen. Immer dran denken. In Polen steht ein 11 Blöcke Kohlekraftwerk, die unsere Kaspareien hier in Deutschland mit dem Strom abfängt. Jede Windanlage, die ein Kohlekraftwerk ersetzt etc. 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 In Polen wird das ausgeglichen. Ist übrigens der größte CO2 Emittent Europas. Der größte. Nur damit die Grünen sagen können, wir haben alles in Elektro. Ne. Habt ihr nicht. Der Strom kommt nämlich nicht nur aus der Steckdose. So. Bis später. Ja, wie ihr das mittlerweile mitgekriegt habt. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Er fährt ganz normal. Ist bekannt. VW TDIs, die alten, die halten das auch aus. Mercedes sowieso. Bei den aktuellen Spritpreisen ab in den Supermarkt. Ist einfach so. Oder in den Großmarkt, wer selbstständig ist. Ja. Echt Kater? Ja. Äh. Ja. Bezüglich Wiese. Auf dem Kanal meiner Frau habt ihr ja einiges gesehen, dass hier ziemlich viel Wiese ist. Aber jetzt das Problem ist, ab und zu muss das ja auch noch mal so ein paar Wege reingemäht werden. Und da haben wir uns, ich rede mal von organisiert. Bekannter von uns hat eine Reihe Rasenmäher von einem Gemeindesportplatz. Sport billig bekommen. Das hier ist ein Stiger. Stiger? Stiger? Ist aus Schweden auf jeden Fall. Und, äh, klar. Ist der benutzt worden, ne? Logisch. Jetzt habe ich gerade, äh, neue Zündspule gekauft. Der Zündanlassschalter scheint irgendwie eine Macke zu haben. Der, äh, brennt die Zündspule durch. Deswegen wird er in Zukunft per Taster eingeschaltet. Gestartet. Äh, ausgemacht wird er über einen Kill-Schalter. Ja. Da habe ich in dem gelben Landy, habe ich da unten diese komischen Schalter, die ich nicht zuordnen konnte. Die sind tot. Da ist nichts drauf. So. Ja. Zugmagnet. Schrägstrich Zündanlassschalter. Ja. Muss ich mir gleich die Verkabelung nochmal genau angucken, wie das funktioniert. Wie gesagt, es wird ein bisschen umgestrickt. Ja. Die Zündspule arbeitet alleine. Hm? Das ist schon mal klar. Ja. 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 Insgesamt gesehen, hier scheint mal ein neuer Anlasser gekommen zu sein. Ist aber auch eine bekannte Problematik bei dem Ding. Der Motor dreht vernünftig. Ja. Fünfgang Getriebe plus Rückwärtsgang. Und halt ein Frontmäher, der mit sehr hoher Wiese klarkommt. Das hat was. Der Benzintank ist da eigentlich, glaube ich, auch nicht serienmäßig. Der war woanders irgendwo. Der hat auch eine Verkleidung normalerweise. Wo ich die im Internet entdeckt habe, die Stieger. Der hat übrigens Frontantrieb und Hecklenkung. Ist für uns natürlich perfekt. Wie gesagt, ist ein bisschen Arbeit dran. Aber wir haben unseren Scooter dafür abgegeben. Den Mekalo. Das kann man machen, denke ich. Ja. Vernünftiger Kettenantrieb. Nichts mit Riemen oder sowas in der Richtung. Gut. Klar, das Mähwerk wird mit Riemen Betrieb. Aber der Antrieb erfolgt über Kette. Das hat was. So. Und jetzt mal gleich zum nächsten Neuerrungenschaft. Ja. Wie man sieht. Nein. Ich habe den Mercedes nicht geschlachtet. Den haben wir abgeholt. Da ist auch nichts mehr drin. Großartig. Bis auf die Elektronik. Zündschloss. Aktuator und so weiter. Damit ich den anderen Mercedes zumindest während das Zündschloss repariert wird. Bewegen kann. Ist das ganz praktisch. Da ist alles drin. Ist vom Zustand eigentlich recht in Ordnung. Muss ich sagen. Kein Motor mehr drin. Eigentlich schrottreif. Und hört sich immer noch an wie ein Mercedes. Ja. Das kann man alles reparieren. Das ist das Problem. Das sind Schönheitsfehler. Aber wie der Mercedes Fahrer sagt. Spaß rostet halt. Na ja. Sind noch ein paar Bauteile dran. Die noch ganz gut sind. Die Motorlager sind zum Beispiel neu. Das ist von einer befreundeten Werkstatt. Die haben das Ding aufgenommen. Als es aufgegeben wurde. Ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Sonst muss ich mich aufregen. Weil wir haben den damals für 750 Euro haben wir den besorgt. Mit TÜV. Fahrbereit. Also ich habe den Fahrbereit gemacht. Da war nicht. Da musste halt was gemacht werden. Injektor undicht. Beziehungsweise. In dem Fall war das Reldruckventil oder der Sensor. Eins von beiden war undicht. Ja. Ja. Und weil er jetzt nicht durch den TÜV kam. Abgaswerte. Bla. Ja. Ja. Wie gesagt. Ich würde mich nur aufregen wenn ich da jetzt weiter dran gehe. Zumal diese Autos selbst in diesem Zustand mit Motor und Getriebe immer noch einen Exportpreis von über 800 Euro haben. Also jeder zahlt 800 Euro dafür. Egal wie das Ding aussieht. Ne. Die gehen in Export. Wenn die sich bewegen. 800. Immer. Wenn es schnell gehen soll 500. Minimum. Ja. Ja. Deswegen ist Schlachten auch immer ziemlich hirnlos. Außer man muss in dem Fall einen Vito wieder auf die Straße bringen. Der relativ aktuell ist. In dem Fall ist das so. Der Motor ist in den Vito gegangen. Und der Mechaniker vor Ort fährt das gleiche Auto. Der hat sich das Getriebe gesichert. Ja. Zumindest ist die Technik noch unterwegs sozusagen. Alles andere werde ich mir jetzt schnappen. Und sage und schreibe. Wenn man ein bisschen Ahnung von Karosserie hat. Hat dieses Auto jetzt immer noch einen Wert in Teilen von über 1000 Euro. Ist halt so. Alleine die Heckklappe. Die hat nämlich keine Durchrostung. Ja. Hier ist ein bisschen Rost dran. Aber das ist nichts. Das ist nur ein ganz kleines bisschen oberflächlich. Die wichtigen Sachen sind in Ordnung. Die werde ich jetzt aufbereiten. Die wird neu lackiert. Weil eine rostfreie Heckklappe ist die Goldene Mauritius. Des Mercedes W203. Oder S203. Genauer. Wie man sieht. Ist ja eigentlich in einem Top Zustand. Für den Mercedes. Wir reden immer noch von einem Mercedes. Der noch unter dem verseuchten Tauchbettenbecken gelitten hat. Gibt es eine Doktorarbeit drüber. Das ist keine schlechte Blechqualität. Das ist die Umstellung auf Wasserlack gewesen. Die das hier verursacht hat. Lässt sich aber reparieren. Soll halt besseren Lack drauf machen. Weil strukturelle Durchrostungen hat der Wagen nirgendwo. Wirklich nirgendwo. Ja. Von der Theorie her könnte man den Motor wieder reinbauen. Und der Wagen wird noch 20 Jahre laufen. Ganz ernsthaft. Ja. Muss gucken, ob ich den Zündschlüssel finde. Den habe ich irgendwie nicht gefunden. Mal sehen. Ja. Es sind auf jeden Fall noch einige Sachen zu gebrauchen. Sämtliche Steuergeräte sind noch drin. Ja. Perfekt. Dann schauen wir mal weiter. Ja. Wie man hier sieht. Die Bremse hinten ist so komplett fertig. Alles entrostet. Alles wieder gangbar gemacht. Vorne mache ich jetzt gleich. Dann kann er wieder auf seine Räder. Die zweite Alufelge. Für die Seite. Ich glaube einen Reifen muss ich umdrehen. Da hat jemand beim Reifen montieren nicht auf die Laufrichtung geachtet. Ist aber jetzt kein Beinbruch den Reifen einmal umdrehen zu lassen. Die anderen passen nämlich komischerweise. Ja. Kann passieren. Ist mir auch schon passiert. Und dann als alles am Auto montiert war. Konnte ich einen wieder abbauen und den Reifen umdrehen. Passiert. Da kann man keinen Vorwurf machen. Dann wird das reklamiert. Und dann müssen wir das halt wieder umdrehen. Das Ding. Wie gesagt. Das passiert eben mal. Laufrichtungsgebundene Räder sind halt manchmal ein bisschen nervig. Ja. Die Bremse noch. Nächste Woche geht er zum TÜV. Wie gesagt. Blockieren. Danach. Alles andere. Danach. Das ist nicht so wichtig für den TÜV. Eigentlich überhaupt nicht. Ja. Stoßstange wird befestigt. Bzw. Ist teilweise schon fest. Äh. Ist eigentlich schon fest. Ich will die hinten. Ja. Jetzt sitzt sie vernünftig. Hm. Egal. Ja. Hier drin läuft auch der Ventilator. Ist schön warm. Nette 27, 28 Grad bestimmt. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich die Bremse mache. Ich muss erst mal einen Happen essen. Jo. Servus. Ja. Die vordere Bremse. Und damit die letzte Bremse. Gott sei Dank. Jetzt machen wir mal die Lampe an. Bei der Gelegenheit. Am besten weiß ich mal alles durch gucken. Alles nie weiter schlimm. Oh ja. Hier müssen wir ein bisschen was dran machen. Ja. Ach ne. Ist nur Schmutz. Hab gedacht das wäre Rost gewesen. Ist es aber nicht. Ne. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber da rosten sie gerne. Auch von hier oben raus. Ne. Stimmt gar nicht. Da kommt er nicht raus. Der kommt von unten. Falsches Auto. Ach ne. Ist alles nur oberflächlich. Wenn ich jetzt rüber reibe. Sieht man sofort. Das glänzt gleich wieder. Das ist harmlos. Aber auf die hier müsste achten. Die gammeln gerne durch. Diese Zuleitungen hier. Die Bremsschläuche sind meistens relativ unauffällig. Der hat auch schon mal neue gekriegt. Sieht man. Sind keine Originalen. Und ja. Die Bremsschläuche halten meistens wesentlich länger durch als diese Leitung. Leider kriegt man je nach TÜV die Kunifer Leitung nicht durch. Das ist das Problem. Renault hat die zum Beispiel serienmäßig drin. Halten ewig um drei Tage. Gammeln halt nicht weg. Kunifer Leitung. Ja. Der eine TÜV sagt nix. Der nächste TÜV schreit dich zusammen. Am besten austauschen, lackieren und ignorieren. Ne. Also den TÜV. Wenn sie lackiert sind, erkennt es keiner mehr. Also wenn ich Bremsleitungen austausche. Nämlich gucken die Verleitung. Tut mir leid, aber ist so. Ja. Ne. Also normalerweise diese Zuleitung ist normalerweise so richtig übel weg. Hier nochmal hinter gucken. Unbedingt. Mit diesem Halter. Da scheuert er gerne durch. Aber hier ist nix. So machen wir dann den Halter rein da oben. Ansonsten. Koppelstange. Sieht gut aus. Spurstange. Sieht gut aus. Spurstange. Axträger vorne. Bei den Dieselmodellen gammeln die gerne durch. Und auch hier werden wir vielleicht mal hier und da die Drahtbürste schwingen und das versiegeln. Und zwar gammelt das bei den Dieseln durch, weil die Dinger hier vorne versiegelt sind. Schallschutz. Da ist eine Verkleidung drunter. Die sammelt Wasser und lässt das durchgammeln. Ich habe Safira zum Beispiel ist da ein häufiger Kandidat. Dann rosten diese Dinger hier nämlich raus. Und dann hast du vorne das Rad quer stehen. Wir hatten ein paar von den Dingern hier. Entweder hinten oder vorne. Ist völlig irrelevant. Irgendeiner reißt ab. Weil er irgendwann durchgammelt. Dann nimmt man dann eigentlich die vom Astra F von den Benzinern und repariert das damit. Also die Axträger unten. Die kann man wechseln wenn man den Motor und das Getriebe hoch zieht. Dann kann man das unten komplett auseinander nehmen und austauschen. So jetzt nehmen wir uns einen kleinen Hammer. Bei der anderen Seite habe ich das ohne euch gemacht. Deswegen machen wir das hier nochmal in Ruhe. Das sind besagte Rostplacken die ich immer meine. Den allgemeinen Zustand mal angucken. Das ist jetzt ein Vollstahlteil. Aber man kann mal gucken. Besser jetzt mal gucken als später ohne Rad auf der Autobahn rumstehen. Das ist echt uncool. Hier sieht man wie die weg springen. Klar rostet das alles. Das ist natürlich auch mal entspricht massiv. Da passiert eigentlich nichts. Hier habe ich jetzt alles losgeschlagen. Und siehe da. Keine gefährlichen Geschichten. So jetzt nehmen wir die Achse. Wenn sich das so anhört. Ist es heile. Gerne auch ein bisschen stärker schlagen. Der TÜV Prüfer klettert die Kinder nämlich auch keinen Erbarmen. Der haut auch ordentlich drauf. Und zu eurer eigenen Sicherheit. Mit dem Hammer draufhauen. Gucken. Was ist da los. Was ist Ambach. Das ist eure Sicherheit. Wenn die Dinger auf der Autobahn wegreißen. Ist das nicht witzig. Vor allen Dingen nicht wenn man über 140 fährt. Eingetragene Höchstgeschwindigkeit von dem hier ist 184. Und wenn das Ding dann wegfliegt. Möchtest du nicht erleben. Ich habe mein Rad verloren. Okay das war ein Hinterrad. Und da ist die Radnabel gebrochen. Aber witzig ist das nicht. Wie sehen die Antriebswellenmanschetten aus. Gut. Lenkung. Scheint gut zu sein. Muss ich von oben nochmal gucken. Von hier sieht man natürlich nicht viel. Ja die Achsteile. Also der Querlenker. Der Dreieckslenker hier vorne ist auf jeden Fall schon mal neu gekommen. Der ist nicht original. Ja. Dann geht es an die Bremse. Wie gesagt so fuhr der Einwand frei. Nur die hintere Bremse hat geschliffen. Aber. Also von der Geräuschentwicklung her war der Wagen komplett unauffällig. So. Muss man den Bremssattel abnehmen. Ich empfehle dringend für solche Aktionen richtig gutes schweres Werkzeug. Wenn euch so ein popeliger abgewinkelter Imbus da oben drin abschert. Nicht gut. Hier oben sind die Dinger befestigt. Hier ist ein 6er. In 6er ist es ein 6er. Ich glaube schon. Mal schnell nachlesen. 7. 7er. Bitte vernünftiges Werkzeug nehmen. So. Weil dieser Schlag. Hier ist Schraubensicherung drauf. Das knackt einmal. Das muss auch einmal knacken. Damit sich das löst. Und wenn stattdessen der Imbuschlüssel knackt. Und die Spitze da drin steckt. Das wird nicht witziger. Beim Ausbauen. Das ist alles andere als schön. Hier könnte ich mal so ein Spielloch suchen. Da ist ein Loch. Und hier wackelt das Ding so ein bisschen. Ja. Kann auf der Autobahn ganz schön nervig sein so ein Geräusch. Und kein Mensch weiß wo es herkommt. Vielleicht bei Mercedes gehabt. Ein komisches Klappern. Sobald man über 100 gefahren ist. Und ich habe mich zur Tode gesucht. Ja. War auch genau. Wie hier. So ein Teil. Was dann intervallmäßig über 100 immer so gegen den Reifen geklappert ist. Wenn es gestanden hat. Kein Ding. Kein Geräusch. Kein gar nichts. So. Die sehen gut aus. Sauber machen. Wieder einbauen. Gibt es aber auch günstig neu. Ne. So. Was haben wir da unten. Da ist er. Da hat es nicht geknackt. Zu deutsch. Schraubensicherung vergessen. Ja. Ist halt so. Wie gesagt. Das was ich hier mache. nicht nachmachen. Ist natürlich eine prophylaktische Ansage. Weil. Äh. Letztendlich macht man es so. So. Oh. Noch nicht raus. Wieso sind sie eigentlich überall Ameisen. Hier liegt nichts zu essen. Hm. Äußerst eigenartig. Ja. Ich habe ja gedacht ich mache es heute mal ohne Zeitraffer. So. Leider. Ist noch ein bisschen Schmutz. Nichts gefährliches. So. Jetzt haben wir natürlich die Bremsbeläge ausgefahren sozusagen. Nehmen wir uns einen Hebel. Und hebeln dran rum. Dann kommen da nicht rein. Weil wir den falschen Hebel haben. Ja. Wie blöd. Ja. Ich hole mal einen kleineren Hebel. Schön wenn man die an der Wand hängen hat. Ja. So. Mal gucken. Da ist die Bremsscheibe. Mal kurz den Kollegen da zurückbiegen. So. So. Hier sind wir jetzt 10. Ich gehe jetzt mit dem Hebel vorsichtig hier rein. Nicht zu weit. Ne. Das Ding sauber machen. Bevor man es ganz rein drückt. ganz wichtig. So. Jetzt nehmen wir den großen Hebel. Holen das da raus. Also wie gesagt. Die Bremsbeläge. Okay. Aber das hier ist ein Standschaden. Da werden wir keine Lust. Ne. Das ist. Ich denke. Auch. Grenze. In Bezug auf die Dicke. Ja. Ich denke. Das hätte keinen Sinn mehr gemacht. Vor allem das Tragbild auf der Innenseite. Gucken. Ob ich auch irgendwie rein kriege. Das Tragbild auf der Innenseite ist ziemlich übel. Wo ist die denn hin? Da. Hier sieht man. dass der Bremsbelag nicht mehr sauber drin gesessen hat. Hier ist kein Grad wie auf der anderen Seite. Hier steigt das leicht an. Also wurde da nicht sauber geführt. Sehen aber relativ gleich aus. Na ja. Wie gesagt. Wie gesagt. Auch hier nochmal. Wie gesagt. Den Sattel hoch binden. Halte ich für ziemlich einen Quark. Wenn der Bremsschlauch in Ordnung ist. Sind die Dinger hoch belastbar. Wenn der jetzt runter fällt. Und. Beziehungsweise der Sattler dran hängt. Und der Schlauch Risse kriegt. Dann hat er dann in dem Auto nichts verloren. Das ist halt so. Auch wenn. Wieder Millionen von Mechatronikern jetzt wieder herum heulen. Weil sie es anders gelernt haben. Hoch binden. Etc. Etc. Ich hänge mich da nicht dran. Das ist. Vierlefanz. Komm jetzt da raus. Der eine wird hier rausgeploppt. Und der andere wird rausgezogen. Und das ist diese Sicherungsspange. So. Jetzt haben wir den ganzen Kram auseinander. Führungsgeräte. Führungsgeräte. Die Bürste. Die Bürsten sind echte. Echt gute Hilfsmittel. Ordentlich sauber machen. Darf gerne ein bisschen stauben. So. Jetzt schnappen wir uns eine kleine Ratsche. Mit dem entsprechenden Torx. Hier ist die Bremsscheibe. Wenn der sich nicht lösen lässt. Also wenn der festsitzt. Den Torx draufsetzen. Mit dem Hammer einmal gegenschlagen. Hilft meistens. Dann geht er los. Das geht relativ fix. So. Ich krieg jetzt einen kleinen Schlag in den Nacken. So. Und zwar ist das dieses Ding hier. Sieht man. Eine richtig schön fette Rostnarbe. Hat sich mit der Narbe hier verbunden. Ja. Und jetzt kommt gleich ein Trick. Nicht nachmachen. Nochmal. Nicht nachmachen. Hochgefährlich. Buh. Ich zeige es euch trotzdem. Kleinen Moment. So. Das schöne an so einem Differenzial ist. Geht den Weg des geringsten Widerstands. Jetzt haben wir hier die Radnabe. Wie ihr gerade gesehen habt. Musste ich da die Bremsscheibe mit dem Hammer runter hauen. Das Auto kann nicht weg. So. So. Wie gesagt. Das ist meine eigene Wahnsinnigkeit. Ohne. Ohne Gewehr. Nicht machen. Schön ist allerdings trotzdem, wenn die Bremsscheibe hinter Plan aufliegt. Es gibt Werkzeuge, da kann man so eine Radnabe natürlich mit sauber machen. Das kennt jeder. Aber ich will ja hier zeigen, wie man es zu Hause hinkriegt. Unter die Räder kommen selbstverständlich Keile. Unter die restlichen, die jetzt unter auf dem Boden sind. Alles ein bisschen sauber machen hier, was gerade da ist. Wenn hier Verschmutzung unter der Bremsscheibe liegt, könnt ihr die Räder auswuchten, bis ihr blond werdet. Das wird nichts. Und bei der Gelegenheit, wenn sowieso alles schon so verschmutzt ist, ordentlich sauber machen. Auch mit Bremsenreiniger. Weil hier hinten läuft auch noch der ABS und so mit. Der wird hier oben verkabelt. Der Kollege. Der mag auch keine magnetischen Einflüsse. Das bedeutet sauber machen. Mehr sauber machen. Einfach sauber machen. Und dann am besten auch noch abpusten. Ja. Das haben wir alles gemacht. Ja. Jetzt können wir den Scheiß ausmachen. Mach ich immer. Also sollen die Leute mal nicht umheulen. Ich mache es so. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich hatte auch mal so einen Radnabenreinigungsgerümpel, aber die sind beschissen teuer. Und die brauchst du eigentlich nie. Bis auf diese Gelegenheiten natürlich. Deswegen kaufe ich mir keins. Eine Drahtbürste und ein laufendes Rad passt. Hinten mache ich es dann halt mit einer Drahtbürste auf der Bohrmaschine. Ja. Bis gleich. Motor aus. Und wie man jetzt hier sieht und vor allen Dingen wie man fühlt. Gefühlsfernsehen gibt es noch nicht. Und gefühls YouTube auch nicht. Ist sauber. Passt. Super. Ok. Wo ist die? Da. Bremsscheibe. Ja. Irgendwo war hier das Loch. Da. Ja. Fühlt sich gleich viel besser an. Ich glaube da war doch in dem Karton irgendwas bezüglich einer Schraube. Oder war die hinten? Ach ne die waren da hinten. Für hinten bei. Da nehme ich die halt wieder. Die ist ja noch gut. Alles was wir irgendwo rein drehen, drehen wir erstmal mit der Hand rein. Weil schief drin ist schnell. Und richtig blöd. Und jetzt kommt diese lustige Schwenkknarre hier. Die kann man natürlich nicht in meinem Shop kaufen. Die gibt es ganz billig im Baumarkt. Ich glaube 6, 7 Euro örtige kostet. Mit nichts dabei. Einfach nur so. Sehr praktisch. Bei solchen Sachen. Schnell rein drehen. Also wie eine Kurbel. Und dann einmal kurz hochklappen. Fest ziehen. Fest. Fertig. Ich werde jetzt nicht anfangen das Ding zu vermarkten. Findet ihr im Baumarkt. In der Grabbelkiste meistens vorne an der Kasse. Ja. Unter die Bremsscheibe bitte nichts an Kupferpaste oder sonst in Richtung schmieren. Bitte nicht. Auch das gibt Unwucht. Das kriegt ihr nicht angelegt. Wenn sich da irgendwo so eine kleine Bubble von diesem Zeug bildet. Habt ihr den Scheiß hochstehen. Das wackelt. Das sieht doof aus. Ist sagenhaft hässlich. Und blöd. Jetzt denke ich habe ich alles erledigt. So. Das ist weitestgehend sauber geworden hier. Einmal abgesprüht. Jetzt gibt es Leute die nehmen dafür so ein Bremsenrückstellwerkzeug. Wir haben zwei verschiedene Sättel beim Astra hier. Der hintere muss reingedreht werden. Da kann man sich behelfen mit einer Schraubzwinge und einer schmalen Rohrzange. Mit der Schraubzwinge Druck ausüben. Mit der Rohrzange zurückdrehen. Die Schraubzwinge hat im allgemeinen. Wo ist die Schraubzwinge jetzt hin? Ach da vorne liegt sie noch. Die Schraubzwinge hat im allgemeinen ja ein drehbares Teil. Damit das Werkstück nicht beschädigt wird. Und auf diesem Teil, das setzt man praktisch jetzt auf den Bremskolben und daran dreht man. Das fokussiert mich. Das dreht sich und damit kann man den Bremskolben dann rein drehen. Ist eine Hilfsmaßnahme. Ist nicht die richtige Methode das zu machen. In diesem Fall müssen wir nichts drehen, sondern nur drücken. Ich mache das folgendermaßen. Wie man sieht, sitzt er jetzt drauf. Jetzt drehe ich ganz normal an der Schraubzwinge. Schön langsam, dass sich die Bremsflüssigkeit schön zurückziehen kann. Merkt man auch. Dabei merkt man auch zum Beispiel. Habe ich das bei einem anderen Auto mal gemerkt. Mit diesem Rückstellwerkzeug hat man nicht so viel Gefühl. Finde ich. Ist meine persönliche Meinung. Wenn man das hier jetzt dreht. Man sieht da jetzt hier der Kolben rein geht. Langsam aber sicher. So. Das Problem an der ganzen Sache ist mit dem Bremsenrückstellwerkzeug merkt man folgendes nicht. Wenn der Bremsschlauch von innen aufgequollen ist. Das merkt man nicht. Ist eine relativ gefühllose Sache. Das hier. Wenn man das hier mitmacht. Das ist wie gesagt nur meine Meinung. Merkt man das recht deutlich. Und zwar hat man jetzt gesehen. Ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt. Der Kolben ist elastisch. Der kam jetzt wieder ein Stückchen raus. Als ich gelöst habe. Und wenn man es rein drückt. Merkt man auch. Ob es ein gleichmäßiger Widerstand ist. Oder ob ich irgendwas überbrücken muss. Wie zum Beispiel jetzt einen blockierten Schlauch. Viele Bremsprobleme sind innen aufgequollene Schläuche. Bremsmöglichkeit ist zu lange nicht gewechselt. Und dann hat man den Salat. Das ist das große Problem. Und ja. Wenn die aufgequollen sind. Lassen die den Druck durch. Die lassen euch bremsen. Aber die Bremsen lösen nicht mehr. Das gibt ein überhitztes Rad. Überhitzte Bremsen. Gestank. Alles total uncool. Ja. Und wenn das dann soweit ist. Werdet das merken. Das wird nämlich teuer. Einmal komplettes Bremssystem. Neu. Alles neu. Okay. Ich werde das jetzt mal alles sauber machen. Einpinseln. Etc. Dabei verstecke ich euch wieder. Ich hole euch gleich wieder. So. Alles wird zusammengefusselt. Wie gesagt. Der wird von vorne rein geschoben. Der andere wird in den Bremskolben eingesteckt. Dazwischen ist die Bremscheibe. Alles vernünftig geschmiert. Hier oben auch. Wie gesagt. Ist nicht unnötig. Das hat durchaus eine Begründung. Und auch einen Sinn. Ja. So. Mal gucken. Dass wir den Bremssattel hier vernünftig eingesetzt kriegen. Ein paar mal draufhauen hilft immer. Jetzt kommen die Kollegen hier wieder rein. Schauen wir mal. Ob das alles so sitzt. Wie ich das will. Ja. So ist das. Ja. Kackt. Nur kurz ansetzen. Sonst hakt ihr euch mit dem anderen. Ja. Wird das schon gehabt. Ein Bremssattel. Da habe ich echt eine Stunde dran gesessen. Bis ich gemerkt habe, dass die Schrauben löcher da überhaupt nicht übertragen haben. Was sie gesessen haben. Ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt. Manchmal aber einfach ein Brett vorm Kopf. Ja. Ist halt so. So. Einmal fest. Zweimal fest. So. Drehmoment. Muss ich mir jetzt gleich noch raus suchen. Die andere Seite muss ich auch noch eben abknacken. Aber im Grunde genommen war es das. Jetzt kommt der. Der kommt jetzt hier hinter. Glaube ich. Genau. Und dann kommt der dahinter. Das ist ein System. Das hat sich jemand ausgedacht. Der hatte Langeweile. Glaube ich. Aber letztendlich funktioniert es. Also von daher. Hakt ein. Sitzt vernünftig. Ja. Bremse fertig. Also vom Grundsatz her. Wie gesagt. Abknacken noch. Und dann. Bremsflüssigkeit. Habe ich definitiv jetzt gesagt. Habe ich definitiv jetzt gesagt. Wechsle ich. Bremsen. Wenn die Autos etwas älter sind. Nicht mit Pumpen entlüften. Und zwar folgendes Problem. Der. Hauptbremszylinder. Da läuft ja diese Stange drin. Mit den zwei Bremskreisen. Die sind untereinander abgedichtet. Da sind Gummidichtungen drauf. Vorne und hinten. Das Problem mit dem Pumpen ist jetzt. Ihr benutzt beim Bremsen. Beim normalen Bremsen. Im Normalzustand benutzt ihr immer nur so ein paar Zentimeter. Wenn ihr jetzt pumpt. Geht ihr über diesen Punkt hinaus. Und ihr wisst nicht. Wie im Hauptbremszylinder der Zustand der Oberfläche ist. Es kann sein. Wenn öfter mal ältere Bremsflüssigkeit drin war. Dass das da rostig ist. Das bedeutet. Ihr zieht die. Diese Gummidichtung. Über das schartige rostige Zeug. Und das war es dann mit dicht. Lässt sich ganz einfach nachvollziehen. Und. Also bitte nicht per Pumpen entlüften. Das funktioniert. Sehr unbefriedigend. Am Ende habt ihr das Ding entlüftet. Und die Hauptbremszylinder kaputt. Das macht dann keinen Spaß. Das hat dann auch nichts gewonnen. Ja gut. Ich suche mir das Rimmoment raus. Knack das ab. Und dann bastle ich das Auto wieder zusammen. An der Stelle. Okay. Bis gleich. Ja. Nochmal zurück zum Stiger. Oder Stiger. Oder wie auch immer zum Teufel das Ding heißen mag. Achso. Der Trockner ist jetzt ein Grill. Bin noch nicht ganz fertig mit dem Konzept. Ja. Der Zündanlassschalter sitzt jetzt da. Das Zündschloss ist raus. Hier an die Stelle. Kommt die Batterie. Ich muss noch einen Batteriehalter bauen. Weil der alte war mehr oder weniger für eine Motorradbatterie gedacht. Und die mag ich eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt die erstmal dran. Zum Testen. Die Verkabelung ist jetzt ein bisschen anders. Wie gesagt. Der Zündschalter war kaputt. Elektrik ist jetzt gar nicht so der große Trick. Und das hier oben ist der Kill Schalter. Da geht er aus. Und hier vorne. Ein bisschen mehr Gas geben. Abgesoffen. Ja. So ist das. Ja. War ein bisschen abgesoffen. Und zwar hat er jetzt hier einen Benzinhahn. Schwimmerkammer. Böse Sache. Die muss ich auch noch auseinander nehmen. Er läuft ein bisschen unrund. Aber. Ja. Können wir ihn leer laufen lassen. Perfekt. Ja. Die neue Zündspule ist drin. Alles ein bisschen umgebaut. Wenn den einer klaut. Das hören wir. Außerdem wie gesagt. Hier ist alles Kameraüberwacht. Ja. Ja. Fünfganggetriebe. Sitzt da vorne. Hier ist der Schalthebel. Rückwärtsgang. Neutral. Erster. Zweiter. Dritter. Vierter. Fünfter. Ja. Fünfganggetriebe. Da war auch mal eine Verkleidung drum. Glaube ich. Hummel. Geh weg. Ja. Da war mal eine Verkleidung drum rum. Aber wie gesagt. Das brauchen wir alles nicht. Das Ding soll Rasen mähen. Dann habe ich gesehen. Da. Diese Spannrolle. Die da hinten ist. Wo der Riemen jetzt nicht drauf ist. Die muss ich eventuell wechseln. Da werde ich wahrscheinlich eine vom Auto nehmen. Das geht auch. Das ist immer gut. Wenn man nichts wegschmeißt. Ja. Dann wird das Mähwerk auch ein bisschen besser funktionieren. Das bleibt jetzt halt ein bisschen stehen. Ne. Okay. Das ist alles jetzt nicht so wild. Ja. Bis jetzt gefällt mir das ganze Ding gut. Ich überlege gerade diesen Heckstoßfänger. Ob der Serie ist. Auf jeden Fall ist er teilweise abgerissen. Aus dem Rahmen rausgerissen oder sowas. Ja. Das sieht so aus. Ich werde das wahrscheinlich nochmal richtig fest machen. Dann kommt hier eine kleine Anhängerkupplung dran. Dann kann man auch mal so ein bisschen was damit arbeiten. Also ich bin jetzt eine Runde gefahren mit dem Ding. Also geländemäßig. Puh. Der kann ganz schön was. Auch wenn er nur Zweiradantrieb hat. Also Frontantrieb in dem Fall. Der kann was. Ja. Startet sofort. So kann man damit arbeiten. Ja gut. Ich denke. Das hat auch noch ein paar Tage Zeit. Ja. Fängt gleich an zu regnen glaube ich. Ja. Der Astra. Habe ich gerade glaube ich schon gezeigt. Bremse ist fertig. Ja. Bremse ist fertig. Gut aus. Alles andere. Ach so. Ich wollte noch was gucken. Stimmt. Thema TÜV. Ist die Fehler gebrochen. Nein. Das haben die gerne mal. Hier oben sitzt das Wasser drin. Und da sumpft das alles so vor sich hin. Deswegen fettig die oben gerne. Ein. Also besonders hier in dem Teller. Ja. Kommt auch noch ein ordentlicher Hub. Äh. Schmierfett drauf. Ist einfach besser. Ne. Fehlern wechseln macht keinen Spaß. Ja. Hier muss ich gleich noch ein bisschen was wegnehmen. Ein bisschen aufgeblüht. Ist auch wieder ne. Aufprall. Vom Rad. Ja. Alles nicht so wahnsinnig schlimm. Naja. Ansonsten sieht er gut aus. Vom Blech her. Aber richtig gut. Hm. Hier und da. Ein bisschen Flugrost auf der Achse. Ist normal. Wie gesagt. Ich hab das gesehen. Ich hab das abgehämmert. Da passiert nichts. Keine Probleme. Ja. Dem TÜV steht glaube ich nichts mehr im Wege. Morgen hol ich ihn von den Böcken runter. Dann kommen die Alufelgen drauf. Die. Ähm. Der eine Reifen muss umgedreht werden. Das mach ich beim Bekannten. Der hat eine Werkstatt hier in der Nähe. Ich hab kein Reifengerät. Ich wüsste auch nicht warum ich eins brauchen sollte. Solange die Kollegen in der Nachbarschaft welche haben. Ja. Hier ist das noch ein bisschen mit der Nachbarschaftshilfe. Hier funktioniert das noch. Ja. Ich denke ich werde das Video fertig machen. Bevor es gleich hier die Welt untergeht. Einige Teile Deutschlands sind schon untergegangen. Sieht nicht gut aus. Ja hier geht es eigentlich. Hier kommt eigentlich nie was. Das ist das Problem. Überall geht die Welt unter und hier passiert nichts. Ja. Ja. So ist das. Ich denke ich werde das Video mal fertig machen. Weil wenn der Rasenmäher fertig ist. Oh das sag ich dir. Das wird noch Arbeit. Nein Quatsch. Ist nicht unsere Gelegenheit. Das ist alles Tierfutter. Hier vorne. Die Wiese wird einfach wild gelassen. Da vorne ist schon ein Stück abgemäht. Ja. Und damit die Tiere sich zurückziehen können. Lassen sie die Seite stehen. Sondern wenn die Seite hochgewachsen ist. Wieder ein Stückchen. Dass die Tiere rüber können. Fangen sie hier an. Das Naturschutzgebiet. Ist kein Scherz. Ist wirklich Naturschutzgebiet. Ja. Tomaten fangen auch an zu wachsen. Ja. Sieht alles ganz gut aus. Ich denke ich werde das Video fertig machen. Und wünscht euch einen sanften Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal.